Ja, grüßt euch, die nächste Programmvorschau. Ich habe ja ein bisschen Programmumstellung vor, heißt nur noch mit Satire oder wenn was ganz Wichtiges oder was ganz Lustiges ist oder vom Hartz IV Newsletter. Könnt ihr dann jetzt den nächsten Beitrag sehen bei VK bei BitChute Odyssee Rampel, die sich den Trailer bei Venus TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.